Musik 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 Hello all, good afternoon guys! It's Sunday at the 18th of March and we are riding Michael Burr It's really 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 fun and boring on the freeway I have to say I'm bored of watching the same scenery over and over again and the other thing I have to say and I have to get it in now because I'm never going to get it in again is have you ever in your life had to sit in a car that's the wrong way around I mean I'm sitting on the right hand side and we're driving on the right hand side of the road and we're driving on the right hand side of the road which is also not normal we're on our way to find help and we're on our way to see Mummy Dad and Leander and maybe Straff I don't know and maybe Walter I have no clue if he's coming to me but I know she will come with me there so we're going to go see them and as well we're going to go and Rocka do the gigs and some other bands and make her leave and Destiny She knows them she knows everything she knows everything we will cut you guys later we're going to do a lot of vlogging until the next jump cut because I'm sure you won't have to wait that long no definitely not ready? 3, 2, 1 go English is helpful say hello Leander hey and Jochem and Mummy Dad and Fenna hey Fenna Fenna's reaction yeah that's Fenna's reaction for the day we found them yay hello finally we meet we do? yeah are you excited? very excited that's good I like being excited are you excited? yes very very excited okay then what are you over there? natural born father or something? yes he's in his own little world in his own little corner with Rowan I cannot say his name properly because I cannot roll my R's me neither I need a lesson in rolling my R's to say his name he's totally lost in the corner he's totally lost in the corner yeah I see it Fenna's in my spot now I can sit Fenna stole the stool I'll just drink my coffee standing up then yeah you do that Fenna's dancing Fenna's hiding she does that every time on camera can you do that? no no so hello everybody we are in the Bukker Café in Eindhoven Renato gave us the hint to go here because it's a really nice place to drink some coffee and to meet our friends so you know already who are you? hello you hello you hello oh I can see Fenna in the background she's hiding again hi hi Hallo! Oh, es ist Rowan! Hallo! Und er steht jetzt. Hallo! Hallo! Was werden Sie versuchen zu essen? Ich werde versuchen zu essen. Ja, wir werden später. Ist es sehr heiß? Ich denke so, ja. Wir werden warten. Das ist ein Stückchen Kaas. Der Popje noch. Der Popje noch? Ja, sie schauten ob sie den Popje hat. Die leidt er wel op. Deze ist eine andere. Kijk, das ist diese. Allein andere Teur. Ich soll hier inzitten, ein Takje. Das ist eine andere Teur. Das ist eine andere Teur. Das ist eine andere Teur. Ah! Puppetjes! Puppetjes! Muss ich schauen, ob Sie die gleiche Teur machen können? Ja, sie hat die gleiche Teur machen können. Ja, sie hat die gleiche Teur machen können. Ja, sie hat die gleiche Teur machen können. Hallo! Hey! Was hast du da? Ich habe Giften. Ich habe mein Lieblingses in der Welt. Stroopwappels. Er ist Stroopkoeken. Okay. Same difference. Ein bisschen anders. Aber sie hat die gleiche Teur. Ja, sie hat die gleiche Teur. Und es ist die Teur, die ich mag. So, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann habe ich... Von Mommy Dad. Ich habe meine Lieblingses. Von Mommy Dad. Ich habe die Teur. Und 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 ich habe die Teur. Ich habe das noch nie gemacht. Und ich habe die Teur. So, ja. Das wird interessant sein. Ihr Dad wird das. Ich habe alles von meinem Dad. Weil ich weiß, dass die Teur. Die Teur. Die Teur. Die Teur. In ein Sekunden. Hallo. 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 Sp cui. Hallo. 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 Hallo sehr. Hallo. Jetzt occupation in他. von Leander. Ja. Ich сы insign, ja. Aber als ich es sah, dachte ich, das ist für Leander. Okay. Was ist es? Was ist es? No. Madonna, natürlich. Oh, das ist sweet. Straps. Ich sah es und dachte, holy crap, ich muss es dir geben. Ich hoffe, du mag es. Ich liebe es. Ich kann es in meine Strapbook. Mission accomplished. Thank you, Straps. Thank you. No problem. Ich werde es in meine Strapbook. So, wassup? Ich bin eigentlich gut. Ich werde euch in eine andere Position setzen, weil ich meine YouTube-Shirt möchte. Oh, okay. Ich habe eine YouTube-Shirt und eine Marker mit mir. Ich werde euch in eine andere Position setzen setzen. Okay. Das ist eine lustige Face von gestern. Ja. Das ist ein bisschen dichter. So, jetzt kannst du ihn verstehen. Ja, jetzt kannst du ihn verstehen. Ja. Und jetzt kannst du ihn verstehen, weil er spricht Englisch. Ja. Wow. Ich habe immer so gefühlt. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin. Wo soll ich sein? Wo soll ich gehen? 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 Two cameras in der Welt. Ja, ich habe gesagt, 3D! 3D! Hahaha Es ist schwierig Alright, awesome Cool You're on the scarf Oh Hello Hello Have you fun? No Ah Somebody has a cover book Hello you Pretty good job now Yeah Good Oh 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 I have his autograph, that's good for me I'm just going to write it I'm just going to write it I'm just going to write it Just write somebody else's name for front I just think of something No I'm blonde Oh this is ugly Sorry Sorry I'm too I don't care Slugception Wow Wow That's a lot of freaking cameras One, two, three, four, five, ten, eight, six That's a lot of cameras That's what you get when you put a bunch of YouTube cameras Yeah that's true By the way I know that you all know that I'm really into fashion You should check out Mommy Death's outfit Oh no Oh Yes Leave it in the comment section below what do you think of it Eat that Lady Gaga Oh Oh How embarrassing Embarrassing that would be Wow okay Oh no I think it's a pig That's what she said Oh literally It's the first time you ever made this remark That's correct It's the power of the gaze I guess I think so Always Dirty minds But a dirty mind is a dirty brother No comments Wow It hit the best acting Oh it's awesome It's really awesome Oh Aww Yep When Yep Yep, got it Where are we? Hey, we're at theClotskabel in Hainthover And we've just seen was it Make-believe? I have no clue it was I think they said they were Make-believe The other one is Destiny Then we're gonna watch Simpan and We Are Kings Und es wird so großartig sein. Wenn du die Kamera umfassst, wird es so großartig sein. Es wird so großartig sein. 4,400 Meter. 4,400 Meter. Das ist so großartig. Es ist total vollkommen. Bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Are you ready to party? Auf Wiedersehen. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.